Gefechtskontrolle aktiviert. Der Verräter Yuri baut seine Armee in der ägyptischen Wüste neu auf. Er hat dort zwei Stützpunkte errichtet und Gatling-Kanonen rund um die Pyramiden stationiert, um seine Stellung zu sichern. Produktion läuft. Verrätsgeschäftsenergieniveau. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Neue Bauoptionen. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Runde Command & Conquer Alarm Stufe Rot 2 Juris Rache. Wieder eine kleine Sowjet-Mission. Im Koop mit Martin. Grüß dich, Martin. Hallo zusammen da draußen. Wir versuchen mal wieder unser Glück. In diesem Sinn, vielen Dank für Einschalten und viel Spaß mit der Folge. Gut. Du hast vier Öltürme. Ja, geil. Ja, ja. Dann muss man irgendwie gleich erstmal sichern alles ein bisschen. Die gehören schon dir. Produktion abgeschlossen. Gehören schon mir? Ja. Und kann ich einnehmen? Kann man halt schon einnehmen? Nein, brauchst nicht. Die gehören dir. Das sind deine. Denk dran, bitte bei mir Verteidigung zu bauen. Ach, recht hast du. Das sind schon meine. Neue Bauoptionen. Produktion läuft. Neues Ziel erhalten. Training. Einheit bereit. Produktion läuft. Rekrute meldet. Da. Einheit bereit. Für die Union. Order erhalten. Produktion abgeschlossen. Einheit bereit. Rekrute meldet. Da. Gebäude eingenommen. Ja. Ja, dann schauen wir mal nochmal an. Darf wir eine kleine Runde hinzaubern? Wie? Produktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Produktion läuft. Produktion läuft. Produktion läuft. Sie kommt. Das ist nicht. Ich weiß nur noch nicht von wo die kommen. Ja, von überall. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. produktion läuft einheitbereit produktion sie kommen von überall ich würde mich über ein bisschen luftabwehr freuen hier dabei bin dabei bin dabei genosse da genosse da neues ziel erhalten gebäude eingenommen natürlich auch so eine idee wenn jetzt zu mir kommen als erstes gestoppt warte auf order einheit für die union für die union auch schon eine tellermine einheit bereit produktion abgeschlossen produktion läuft warte auf order für die union für die union warte auf order da da ziel wählen einheit bereit da kommen sie auch schon zu mir hoch da kommen sie auch schon zu mir abgeschlossen warte auf order für die union gebäude eingenommen produktion läuft unser verbündeter steht unter Bischof das hat Abi gekriegt ja die hatten mal kurz den Berg hoch müssen ging ja eigentlich wo soll ich die nächsten Fluker Flax hinsetzen produktion abgeschlossen unzureichende credits neues ziel erhalten training warte auf order marschiere los order erhalten da 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 einheit bereit sagt alle ne mach mal warte mal musst du hier um vorne ein Ding zu setzen ein melken marschiere los muss da mal ein kraftwerk hinsetzen damit die Flaks weiter vorsitzen kann genosse da tut mir leid da ich die jetzt da direkt vor der Haustür setze gebäude eingenommen das ist in Ordnung warten warte auf order da order erhalten spionageflugzeug bereit für die union für die union ziel wählen einheit bereit genosse da order erhalten für die union für die union für die union marschiere los für die union marschiere los die union die union die union die union warte auf order order erhalten die union die union die union reparatur läuft reparatur läuft reparatur läuft aber easy produktion läuft einheit bereit wir machen mütterchen russland stark das erz muss fließen wir sind bewaffnet ja das werden wir brauchen produktion läuft abgeschlossen produktion abgeschlossen produktion und 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 zureichende credits spionageflugzeug bereit ziel wählen wir sind bewaffnet ja das werden wir brauchen produktion abgeschlossen produktion abgeschlossen produktion läuft gestoppt produktion läuft produktion läuft das läuft es läuft es läuft es geht voran produktion läuft einheit verloren produktion abgeschlossen produktion läuft scheibe unterwegs scheibe unterwegs mal gucken wo die scheibe hingeht produktion abgeschlossen und die es kommt ich glaube es kommt ein schwung zu dir das sind ein paar einige ein paar viele ein paar mehr fehlen losse ist noch klar ich könnte da vielleicht unterkommen Die Rande, ey. Boah, von der Oma reichen wieder die Kasse gleich. Wirklich? Planung. Oh, wo war es? Oh, ja. jetzt kommen die teller ok ich habe auch schon flackpanzer gebaut stehen auch genau richtig stehen fliegen sie schlank finden sie seine richtung jetzt kommen sie in die richtung ich mache gerade mit den zwei kirovs die noch übrig sind die sind auf mein kernkraftwerk jetzt kommen sie zu mir in der richtung Neues Ziel erhalten. Genosse, Maschine. Scheibe unterlegt. Der Basis steht unter Beschuss. Unser Verbündeter steht unter Beschuss. Einheit bereit. Produktion abgeschlossen. Unser Verbündeter steht unter Beschuss. Einheit bereit. Der Basis steht unter Beschuss. Meine Güte. Kommst du klar jetzt gerade noch? Ja, ja, alles in Ordnung. Brauch keine Hilfe mehr. Gut, 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 gut. Einheit bereit. Ich hab jetzt auch noch ein paar Flak-Panzer gebaut, weißt du. Produktion abgeschlossen. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Einheit bereit. Neues Ziel erhaltet. Bestätigt. Setze neuen Kurs. Bau noch eins, zwei. Produktion neuf. Die kann doch schon wieder scheiben. Da kommen schon wieder welche zu dir. Zwei. Produktion abgeschlossen. Wo, 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 wo? Warte. Die fliegen jetzt genau auf mein Ding zu, sei und so. Ne, die bleiben stehen und drehen um, glaub ich. Machen wir den Luftraum frei. Ja, ich hab doch noch. Wenn man bewusst hat, noch ein bisschen Flughafen wäre. Einheit bereit. Einheit beförderte. Alles klar. Neues Ziel erhalten. Training. Gebäude angenommen. Einheit bereit. Einheit verloren? Wieso? Achso, von da kommen sie jetzt. Einheit bereit. Produktion abgeschlossen. Genosse. Order erhalten. Unser Verbündeter steht unter Beschuss. Produktion läuft. Einheit bereit. Order erhalten. Meldung. Meldung. Ziel wählen. Wir sind frei. Endlich frei. Gebäude angenommen. Meldung. Jetzt sollte er doch langsam laufen. Wie gesagt, der gute, ganz gute Erz hier. Lass ich die gerade gar nicht weg sammeln. Mach seinen ganzen scheiß Sammler hier kaputt gerade. Mal. Produktion abgeschlossen. Training. Unzureichende Kredits. Meldung. Meldung. Da hast du sag ich mal nur, ne? Da hast du. Also ich bin jetzt bei... 5 Kirovskis. Ich kenn bestimmt auch schon mehr, aber... Einen haben sie mich schon kaputt gemacht. Unser Verbündeter steht unter Beschuss. Oh, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Ja. Hat gepackt. Haben sie gepackt, haben sie. Kriegssammler hier. Verlegen Standort wie befohlen. Kriegssammler hier. Verlegen Standort wie befohlen. Wollt ihr noch ein bisschen viel Kaffee hinsetzen oder passt das soweit? Ich denke, das passt soweit. Okay. Einheit bereit. Dein Glück ist, dass du die vier Dinger hast da. Ölplattformen. Deswegen guck mal, ich hab... Analyse der Diagramme. Oh, Einheit verloren, wo das? Oh, eine Einheit verloren. Luftschiff bereit. Setze neuen Kurs. Ey, warte mal, ob der Kurs sich mal... Propeller läuft. Propeller läuft. Spionage Flugzeug bereit. Ich arbeite dran. Scheibe unterwegs. Einheit bereit. Gehrafen, er wird erobert. Zusätzliche Ressourcen auf Opfer. Setze neuen Kurs. Ziel erfasst. Propeller läuft. So. Mach mal mit der Engel. Ja ja, ich sehe gerade, ich sehe gerade. Gehrafen. Ey, bei dir ist ne Scheibe, man. Die macht ja ne Dinger kaputt, man. Wo ist denn die Scheibe? Da war der Kiros. Ach da. Ja stimmt. Hast du recht. Junge. Ja, bin dabei. Und zu euch in der Credence. Der guter 3er Kioff, alter. Fliegt dir mal hier rüber zum Silo. Ich fliegt dir. Die OCR traf übrigens hier zum... Warte, 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 warte. Ich muss kurz bei mir... Ich fliege immer alle rüber da, das ist feig damit mein Luftabwehrpanzer nennen. Ne, ich hab... Ich hab... Ich hab reingeschneidende Luftabwehrpanzer da. Okay. Bestätigt. Richtung Gewässer. Ach du, da kommt noch eins. Da kommt noch ein Info, da kommt noch ein Info. Warte, 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 warte. Du musst kurz bei mir in die Basis gucken. Die rennen ja gerade schon wieder durch. Ich muss ja ein bisschen mehr Telling fahren. Haben Sie einen Plan? Gehen näher ran. Bestätigt. Propeller läuft. Machen wir den Luftraum frei. Kanonen geladen. Ich bin auf dem Weg mal. Ich muss mich da kurz auf meine Dings konzentrieren. Auf meinem Basis habe ich gerade angefangen. Auf dem Weg. Wir sind frei. Endlich frei. Unser Verbündeter steht unter Beschuss. Bestätigt. Propeller läuft. Ich ziehe noch mal kurz meine Basis. Mit, mit. 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 Man. Die Bunker noch. Setze neuen Kuss. Propeller läuft. Propeller läuft. Bomber auf Position. Visiere Ziel an. Setze neuen Kuss. Propeller läuft. Richtung gesetzt. So, jetzt können wir von mir aus. Ja, bin dabei, bin dabei, bin dabei. So, noch ein bisschen futsch. Heliummischung optimal. Setze neuen Kurs. Unzureichende Credits. Gibt es neue Ziele. Denk mal an die komischen Knattertürme, die holen die Kiosk runter, ne? Ja. Bestätigt. Propeller läuft. Darauf geht mal von rechts rein. Setze neuen Kurs. Richtung gesetzt. Gut, ich komme jetzt von links rein. Von oben links. Okay, wir gehen von rechts rein. Na wei. Jetzt sein eigen Sammler hier, der noch kommt. Mach mal erstmal die Sammlerarmada kaputt, die jetzt kommt hier. Mach mal erstmal seine ganze Sammlerarmada kaputt. Dann kann er nämlich keine Kohle mehr. Dann kriegt er nämlich keine Kohle mehr. Da kommt wieder eine kleine Männchen-Brikade zu dir. Sollte eigentlich alles safe sein soweit. Wir haben ja schon ganz in den Haufen geholt. Und auf Kalypse im Panzer. Einheit verloren, wieso? Einheit verloren. Einheit verloren. Ja, das sind die Sammler, die ist klar. Einheit verhält. So. Verlierst die Sterbe auch durch die Bomben von oben. Einheit verloren. Einheit verloren. Gestoppt. Abgebrochen. Wir sind frei. Er ist frei. Produktion neu. So. Es kommen gerade noch ein paar Kirovs. Auf Milus können wir mal kurz ein bisschen gucken jetzt. Es kommen erstmal keine Sammler. Ja, dann los. Dann fliege ich links rum, du rechts rum. Elium-Mischung optimal. Richtung gewendet. Elium-Mischung optimal. Mal sehen, wann er fragt. Gears meldet sich. Neues Ziel erhalten. Training. Produktion abgeschlossen. Geh jetzt erstmal auf seine Ohlfördertürme. Bestätigt. Ne, ne, ne. Jetzt such dir mal ein Ding. Er ist, dass ich das Ohlfördertürme oben einzunehmen. Um das Ohlfördertürme hier oben einzunehmen. Gucken wie wir da ankommen. und kaputt einheit verloren einheit Produktion 9 ja das ganze gerade alle dann schießen die auch nicht Produktion abgeschlossen Einheit verloren Reparatur läuft Einheit verloren Beständig Ordnung Schlecht überleicht Wir müssen um die Kraftwerke gehen, Martin Wir müssen um die Kraftwerke Wir müssen um die Kraftwerke aus und schießen nicht Schießen nicht Er zeigt nur einen Na gut Wir müssen um die Kraftwerke Gebt doch eins an Ja Ich bin zum letzten Mann Ich suchte Panzer Ich schieße die Panzer Mann Oh Jetzt kommen sie Einheit verloren Partner ist da Meinheit verloren Weisst du ja Einheit gefürzt Einheit verfördert Einheit verloren Wir sind frei! Endlich frei! Auf die letzte Dingsfabrik, wenn er so eine Schwimmer macht. Wir sind noch drei Kiosk. Wir sind frei! Endlich frei! Einheit verloren. Zudeler Basis steht unter Beschiff. Einheit befördert. Das war durch oder was? Ich kann mich gar nicht schwimmer machen. Oh, jetzt kommen ein paar Dings. Jetzt fliehen sie wieder zu dir. Zwei Scheiben. Ich geh nicht mehr mit den Kirovs rein. Wieso nicht? Ja, weil es sich hier erledigt hat. Äh, gleich. Oh, das Ufo und das Dings. Was wecken wir uns? Nicht mit den Kirovs. Mit den Kirovs kannst du... Heliummischung optimal. Setze neun Kurs. Ja, die Tür muss schon mal ein bisschen herunter. Ach, nein. Er hat verloren. Achso, die... Ach, die... Oh, ey. Ich brauch Hilfe, Martin. Oh, wieso? Was da? Ja, ja, ja. Bin dabei, bin dabei, bin dabei, bin dabei. Die Fahrfix selber mit meinen hin. Oh, die macht mir schon wieder alles weg, die Bastarde. Operatur läuft. Gebäude eingenommen. Oh, hier steht ein Juri. Unsere Basis steht unter Beschuss. Warte auf Order. Order erhalten. Sind Sie sicher? Da steht ein Juri. Die Freiheit verloren. Helfer dazu noch. Haben Sie einen Plan? Schießt Sie in Stücke. Meine Güte. Das kommen Sie von oben ja mal runtergelaufen hier irgendwie, ne? Ja, aber wenigstens einen haben wir schon mal weg. Ja, ja, ja. Haben Sie einen Plan? Die Operation wird wie befohlen durchgeführt. Haben Sie einen Plan? Manövrieren uns heran. Jetzt kommen Sie von da rein. Gehen näher ran. Heliummischung optimal. Richtung gesetzt. Einheit bereit. Bestätigt. Setze neuen Kurs. Drei Kirovs habe ich noch. Produktion läuft. Guck mal, was ich habe hier. Können wir mal ein bisschen rüberfliegen oder wird? Jetzt kommen noch ein paar Dings. Wir sagen erst mal sammeln, damit ein Schlag aufsitz. Produktion abgeschlossen. Dann sammeln wir uns hier oben hier. Bei der Pyramide oder wird? Spieler wurde besiegt. Spieler wurde besiegt. Und jetzt kommen hier noch Bleitscheiben. Zu dir? Zu wen? Ja, zu dir. Wo sind sie? Da. Warte, da. Kann ich hier rein hinsetzen? Nein, kann ich hier leider kein Dings hinsetzen. Kein, kein, kein Dings hinsetzen. Die Temperatur läuft. Da ist jetzt wieder ein. Ich bin auf die Bastarde, Alter. Einheit befördern. Temperatur läuft. Produktion abgeschlossen. Virov meldet mich. Rekrute meldet. Rekrute meldet. Machiere los. Produktion läuft. Produktion läuft. Jetzt kommt er zu mir. Da dürfte er aber nicht so weit durchkommen. Neues Ziel erhalten. Unzureichende Credits. Genosse. Order erhalten. Order erhalten. Bewaffneter Transporter bereit. Geh er näher ran. Ja, ist eigentlich gleich gut. Gut, gut, gut. Da ist noch kein Geld, ey. Abgebrochen. Nee, ich gerade auch nicht. Gestoppt. Abgebrochen. 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 Ich mach ihm erstmal definitiv sein Ölförderturm kaputt, aber. Da. Nee, der da hier unten ist ja schon kaputt, Alter. Der ist ja schon kaputt, der Torum. Du wollte dich einnehmen. Wieso ist der kaputt? Frag mich nicht. Ach, weil er dem anderen Spieler gehört hat, der aufgegeben hat. Aufgebrochen. Produktion läuft. Produktion läuft. Produktion läuft. Darum. Da kommt die da nicht so runter. Produktion abgeschlossen. Ich seh ja Kriegst du den weg oder kriegst du den nicht weg? Die Tetrasch kommt dann gezuckt immer kurz Jetzt will er zünden, er zündet auch Ne, will er nicht zünden Jetzt kommen sie hoch Bestätigt Einheit verloren Unsere Basis steht unter Beschuss Unser Verbündeter, jetzt kommt der Juju zu dir hoch Deine Flaggpanzer weg da Wie läuft denn der Auftrag? Weg wird gesichert Grabe die Info, bin auf der Weg Wir Beude eingenommen Wir Beude verkauft So, wollen wir mal kurz Der hat meine Teslaschule verkauft Der Assi Weg wird gesichert Gehen näher ran So ist das manchmal Komm schon wieder Scheiben rein Operation wird wie befohlen Durchgeführt So, werden wir mal kurz ein bisschen reinfliegen Mal kurz heran Ob das eine gute Idee ist, weiß ich gerade auch nicht Aber ich glaube das ist keine gute Idee Wir müssen den Dings rein suchen Den Kirovs rein suchen Dallander Kommst du mit mit deinen drei Nö? Ja warte doch mal Sammel doch erstmal noch ein paar mehr Wenn du solltest richtig klatschen Scheibe unterwegs Gestoppt Abgebrochen Reparatur läuft Training Einheit bereit Produktion läuft Gears Genosse Für die Union 幾 Sammel dich Ich hab da oben doch auch noch Erzmina Da kann man doch auch noch einen Sammel her Der Stolz der Arbeiterklasse. Das Erz muss fließen. Ich habe meine Sammler schon nach oben geschickt, weiter. Kriegssammler hier. Das Erz muss fließen. Kriegssammler hier. Ja, das werden wir brauchen. Ja, das werden wir brauchen. Der Stolz der Arbeiterklasse. Verlegen Standort wie bewohlen. Von hier müssen wir mal rein. Hier ist kaum verteidigt. Hier sind die ganzen Sammler unterwegs. Du meinst die von oben rechts ist? Ne, von unten. Guck mal die ganzen Sammler hier sind. Die fahren immer hoch und runter. Die sind gleich jetzt oben. Na gut, ob er oben ist. Guck mal. Oben steht die ganzen Flugabwehr. Da stehen zwei Panzer hier. Da stehen wir dann gleich scheiden, Alter. Jo, hau bei mir hier. Oh, die haben wir endlich zu dem Arsch. Boah, gleich im Arsch. Nimm deine Flakpanzer weg da. Reparatur läuft. Haben Sie einen Plan? Operation wird wie befohlen durchgeführt. Produktion abgeschlossen. Ich glaube, du hast langsam genug, ne? Ja, ja. Kommen jetzt noch zwei hoch. Produktion da. Ich benutze jetzt gerade Apokalypse-Panzer. Ähm, und dann können wir von mir aus so starten. Wenn die zwei oben sind. Bereit! Auf dem Weg! Pssst. Warte, pssst. Das ist die Technologie. Pssst, elektronische Musik. Pssst, pssst. Unser Verbündeter steht unter Beschuss. Hat er mir den Bein eingenommen? Hat er mir den Bein eingenommen? Pssst. Erdsammler unter Beschuss. Wir machen Mütterchen Russland stark. Pssst. Pssst. Ich muss auch sagen, wenn die zwei oben sind, dann fliegen wir rein. Dauert, dauert halt noch ein bisschen. Die sind gemütlich. Gestoppt. Abgebrochen. Reparatur läuft. Das ist auch schon wieder so eine Mission, die sich so lang zieht, ey. Neues Ziel erhalten. Die sind gleich da, die zwei. Es gibt nur eine Bar, das ist die Jury. Soll nur kommen. Weggesappt. Angesappt und weggesappt, sagt er. Geh auch auf die Scheunen rauf, da sind Leute drin, die alles wegmachen, wenn wir von oben rein fliegen. Alles. Okay. Bestätigt. Ich baue ein, zwei Apokalypse-Panzer, um den Rest dann wegzuräumen. Bereit, auf dem Weg. So, Kirov sind da. Einheit bereit. Geh erstmal auf seine Plattform. Ich muss ein Geld wegnehmen. No money, no money. Scheibe unterwegs. Scheibe unterwegs. Produktion läuft. Gibt es einen mit der Scheibe, sagt er. Bestätigt. Ja, aber die fliegen zu mir. Von denen muss man keine Angst haben. Bombenschächte bereit. Wo sind sie denn? Die Scheiben. Sie sind da. So fliegen wir auch rein. Die sollten aber auch nicht weit kommen. Da stehen jetzt drei Luftabwehr-Türmer und vier Autos. Von der Position. Na gut. Einheit bereit. Hieros melde dich. Einheit verloren. Das ist vielleicht auch fest. Der hatten wir auch fest. Böger und Basis steht unter Beschuss. Reparatur läuft. Die Kiro stehen oben. Ich muss auf Kraftwerke zu gehen, man. Keine Kraftwerke, keine Ö-Flappier. Ja, ja, ja. Okay, Chef. Komm mal nach. Ja, die Schuhe sind zu Hause. Du hast recht gehabt. Ich habe noch ein Kraftwerk, ich habe hier noch eins. Das wird kein aller Gebäude kaputt machen, nur Kraftwerke. Hinter dem Kraftwerk wieder. Ja. Gebäude eingenommen. Gebäude verkauft. Der hat mir schon wieder was verkauft. Die Tesla-Schwule hat mir schon wieder verkauft. Ich kann auch nicht um die Kraftwerke. Ja, ich bin hier auf das eine hier hoch. Ich mach den Bauaufgleich mal weg, damit er nicht noch weiter bauen kann. Noch ein Kraftwerk weg. Jetzt sind da nur noch die Panzer an den vier kleinen Dingern geschießen. Ein Hälfte, Förder. Aufbau auf Position. Unten ist noch einer, der schießt. Ziel erfasst. Produktion 9. Ah, der ist schnell drin. Der ist schnell drin. Da schießt noch einer. Da. Der fährt weg. Das Ende aller Tage ist da! Seid geduldig! Ich mach jetzt erstmal seine Waffenfabrik kaputt. Wann lieber so ne Scheißpanzer hier rauskommen. Bei Kohle dürfte er eigentlich auch nicht mehr so viel haben. Ich geh grad wieder auf seinen Einzelnen, der noch auf Luft abgeht. Aber ich weiß nicht, ob ich die noch unterkrieg. Aber gleich sehen. Meiner ist schon hoch. Jetzt haben wir drei Sterne. Hier oben haben wir noch den Griff. Drei Sterne, ja. Wird erledigt. Und zwar völlig. Das Ende ist nah. Das Ende aller Tage ist da. Wir werden schreiend fliehen. Luftschiff bereit. Bombenschächte bereit. Bomber auf Position. Und damit ist er eigentlich so gut wie fertig, ne? Bomber auf Position. Ich kümmer mich jetzt mal mit meinen Apokalypse-Panzern um. Seine Sammler. Das wird bald einer Einzelnen sein. Mein drei Sterne Luftschiffekost steht hier auch noch. Alle verkaufen alles. Ja, aber die Sammler sammeln trotzdem weiter. Ei alles ! ei 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 einheit verloren einheit befördert das sind eure letzten augenblicke auf erde das schau ich nicht gegen die ganzen bändchen ja ich komm ich komm ich komm ich bin ja schon vor die apokalypse die aus zack was hat der letzte durch scheiße hat er gesteckt durchgekommen keine ahnung ob sie noch irgendwo was bewegt die macht man ja eine pyramide noch kaputt hier das ende aller tage ist da das war die mission ach hier läuft noch einer einer läuft hier hoch da kommt sie gerade hin zu dein apokalypse panzer und da zu der brücke bei den kiosk der gut gewonnen